ARD Text im Auftrag von Funk Mach das mal aus, wir starten jetzt, elektrische Geräte bitte ausschalten Ich verstehe nicht, warum Menschen so viel trinken können Ja genau Um 2 Uhr oder so Das ist eine Belagerung von Hotels nach um 2 Uhr in Thessaloniki ARD Text im Auftrag von Funk 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 Glaubst du auch, wenn es ein Deal in sich fahrt, nächstes Recken? Olaf redet halt ein bisschen Bananensalat in den Arsch. Ja, aber ich bin's nicht, es ist ein Bubel. Hier filmen wir mal den Kutja, den Herrn... Sehe ja nix. Der sich super veranratet morgen. Von wegen drei Tage Party. Ohne kein Leitleiter. Ja, schneide doch mal eine Platze endlich. Das tut gar nichts mehr mit den Parahnen da. Ha 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 ha. Reil auf dem Raum. Entschuldigung. Gerne wirklich eine vergiftete Eckenschere aufgeklappt und ihre Begegnung festlegen. Original Space Beer. Ist ja kein Bier. Egal, steht Space drauf, ist ne Klappe. Ha 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 ha. Ha ha ha, hörst du das? Ha 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 ha. *** Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020